So, hallo meine lieben Leute, lasst euch gegrüßt sein, frisch aus dem Urlaub, neuer Content muss hier raus, muss hier an den Mann, an die Frau, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier am Montag 17.32 Uhr, schlag die Uhr und ja, Jenny meinte so, weil heute früh schon was über ein gewisses Thema im Live gesprochen hat, wäre das doch eventuell hier nochmal die Möglichkeit, diese Plattform hier zu nutzen und das nochmal gesondert hochzuladen. Thema Wertschätzung, Wertschätzung in den vielen Bereichen, die wir eigentlich haben, also viele denken bei Wertschätzung erstmal immer nur an den Job, ans Berufsleben, aber die Wertschätzung hat ja viele Aspekte und darüber wollen wir heute mal kurz ein bisschen schwätzen, wie wir das Ganze sehen, wie wir das vielleicht auch erlebt haben. Ui. Hoppala. Und ich hoffe, ihr habt euer Lieblings-Kaltgetränk, weil am 12. August haben wir hier immer noch um halb sechs, 32 Grad. Ich habe hier meinen Lemon-Fist, äh Lemon-Fist, Multi-Fist, sag ich, eisgekühlt und ja, let's go, der Hase hier. Ja, also ich glaube, das Thema Wertschätzung, über was ich heute Morgen gesprochen habe, ist das Thema vom Beruf, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, aber ich glaube, das Thema Wertschätzung fängt generell erstmal bei uns selbst an, dass wir uns selbst wertschätzen und ich habe letztens auch was Gutes gelesen dazu und zwar, alles, was du sagst, alle Worte, die du sprichst, sagst du zu dir selbst. Also das heißt, alles, was du über dich sagst, aber auch alles, was du über andere sagst, sagst du im Endeffekt zu dir selbst und du hörst zu. Also wenn du dir ständig sagst, ach, ich bin so blöd, ich bin so dumm, man sagt das ja immer so leichtfertig, ach, bin ich so blöd, bin ich so dumm, bin ich so dies, ich bin so fett, ich bin zu was weiß ich, ne, und die Dinge, die sagst du alle zu dir selbst und du hörst auch zu und dann braucht man sich im Prinzip nicht wundern, warum man sich schlecht fühlt und warum sich manche Dinge vielleicht nicht ändern. Also das erstmal so zum Thema Wertschätzung zu sich selber, Wertschätzung geben. Also ich habe hier mal eine Definition kurz noch rausgezaubert aus dem Zauberhut. Wertschätzung als Anerkennung und Respekt gegenüber einer Person, ihrer Leistung oder ihrem Wesen. Dann noch, als zweiten Punkt Anhang, emotionale und soziale Bedeutung von Wertschätzung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es geht nicht immer nur darum, also ich finde, es fängt ja schon in den Kinderschuhen an. Ja, weil so wie ich quasi Werte mitbekomme, hat ja was mit Werten zu tun, ja, wie ich mich gegenüber von Menschen verhalte, positiv oder negativer Natur, ne, bin ich streng, ne, ein bisschen assi, bin ich zuvorkommen, bin ich freundlich, bin ich nett, das zählt ja alles irgendwo mit rein. Finde ich, es fängt in den Kinderschuhen an und für mich habe ich da immer dieses tolle Bild im Kopf. Das war so eine, also keine Karikatur, sondern vielmehr ein kleiner Comic-Ausschnitt so auf die Art. Das, was die Mama oder der Papa die ganzen Tag, oder den ganzen Tag labern und reden, das kommt dann quasi ungefiltert ins Ohr vom Kind, ja, Männlein, Weiblein ist mir egal, sucht euch aus. Und dieses Programmieren, wie ich gerne dazu sage, ja, programmiert das Kind quasi auch dazu, um quasi das wieder zu spiegeln. Also wir sind quasi das, was unsere Umgebung uns erstmal vorgibt, ja, und da finde ich, sollte man halt eben schon bei den Kindesbeinen anfangen, vernünftig aufzubauen, ja, die richtigen Werte zu vermitteln, dass man auch sich selbst wertschätzt, weil ich kenne das auch aus der näheren Umgebung, wenn ein Kind ständig über sich selbst sagt, ich bin blöd. Dabei ist das Kind nicht blöd, ja, das Kind ist blitzgescheit. Wir wissen ja selber, wie wir als Kinder waren. Der eine war ein bisschen aufgeweckter, der eine ein bisschen introvertierter, extrovertierter, wie auch immer, aber erstmal so, prinzipiell ist erstmal keiner blöd. Das ist immer das, was die Umgebung dir vermitteln will, ja. Wenn du vielleicht mal scheiß Erzieher hattest, ja, oder auch in der Familie es nicht immer rundgelaufen ist, weil wir hatten auch nicht immer die Motivation von zu Hause aus, kann man ja schon in den Frühjahren anfangen, ein schlechtes Selbstbild von sich selbst aufzubauen und sich selbst nicht mehr richtig wertzuschätzen, ja. Ja, also ich denke auch, das Thema Wertschätzung hat auch damit zu tun, wie lasse ich mich überhaupt behandeln, ne. Also egal, ob das jetzt im Bekanntenkreis ist oder, sage ich mal, auf der Arbeit, wenn zum Beispiel, ich finde so ein Thema furchtbar nicht wertschätzend, ist für mich so das Thema erstens mal, wenn jemand lügt, ne. Also finde ich mega dreist, mega, also schlimm einfach. Also da ist für mich dann auch so der Vertrauensbruch da. Ich finde es schlimm, wenn jemand per se Termine ausmacht und dann immer wieder absagt und immer kurz vor knapp absagt, geht für mich gar nicht. Also so Unzuverlässigkeit einfach. Und ja, wenn jemand illoyal ist, das geht für mich halt auch nicht. Und ich denke, ein Stück weit, wenn man diese Dinge aber duldet, dann tut man sich auch selbst nicht wertschätzen. Und ich will mal sagen, man muss aber auch nicht immer megamäßig in Konflikt gehen, weil viele kennen dann auch wieder nur schwarz-weiß. Die einen halten immer den Mund, regen sich darüber auf, ja, regen sich sogar so auf, dass sie vielleicht sogar Magengeschwüre kriegen, weil es so nervig ist. Reden dann bei anderen, vielleicht noch nicht mal böse gemeint, sondern einfach, weil sie mal Dampf ablassen müssen. Und dann gibt es wiederum andere, die meinen, sie müssen immer so ihre fünf Cent zu allem richtig, direkt und krass geben, weil sie sind ja super ehrlich. Aber man kann halt auch offen und ehrlich sein, ohne jemanden zu verletzen. Und man kann ehrlich sein und jemanden verletzen. Und man muss auch nicht immer so, wie soll ich sagen, also man muss auch nicht immer so einem was reindrücken. Man kann auch Taten sprechen lassen. Und für mich ist so das Thema Taten sprechen lassen, dass zum Beispiel, wenn jemand stets und ständig Termine absagt, für mich die Konsequenz ist, dass ich mit der Person einfach keinen Termin mehr vereinbare. Dann habe ich einfach keine Zeit mehr für die Person, ohne da jetzt irgendwo Streit zu provozieren oder Streit zu haben. Fertig, aus. Oder wenn jemand, ja, weiß nicht, wenn jemand mich anlügt, dann kann man natürlich auch, man kann dann sagen, ey, du hast gelogen oder man kann einfach das so drehen, dass derjenige merkt, dass man weiß, dass er gelogen hat. Also geht auch. Ich meine, kommt immer darauf an, wie man es gern möchte. Und wenn ich jetzt mal auf das Thema, ja, wenn ich auch mit das Thema Arbeitgeber gehe, das ist natürlich ein übles Thema, weil das eine ist, wenn man sich privat alles gefallen lässt. Das andere ist, dass wir ja in Deutschland permanent in Angst leben und auch schon in Angst groß geworden sind. Und ich glaube, das geht jedem so. Also ich nehme mich da auch nicht raus. Es geht mir genauso. Man kriegt so von klein auf diese Existenzangst eingebläut, quasi mit in die Wiege gelegt. Obwohl, und es stimmt wirklich, Tobias Beck hat es ja bei der Rebellion auch gesagt gehabt. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das ist so. Wir sind eigentlich eines der einzigen, also eines der wenigen Länder auf der Welt, die wirklich ein soziales Netz haben, das sich aufhängt. Wir haben ein sicheres Land. Hier muss wirklich niemand unter der Brücke schlafen oder ohne Essen sein. Nichtsdestotrotz haben hier die Leute am meisten Angst, Existenzängste wirklich. Also wirklich Existenzängste, dass sie ihren Job verlieren können, ihre Rechnung nicht mehr zahlen und so weiter. Und in diese Angst werden wir ja per se getrieben. Also wir werden einmal da reingetrieben, weil es wird uns immer vermittelt, dass alles teurer wird. Also es wird alles teurer. Es wird uns nicht vermittelt, sondern es wird tatsächlich alles teurer. Dann wird vermittelt, dass Arbeitsplätze rar sind. Dabei gibt es eigentlich viele Arbeitsplätze im Moment. Also die Arbeitgeber haben Probleme, sogar Mitarbeiter zu finden, weil eigentlich keiner mehr Lust hat, für die Bedingungen zu arbeiten. Patienten, dann wird uns permanent vermittelt, was wir alles brauchen. Also uns wird vermittelt, was wir für Versicherungen brauchen. Also man sagt ja auch, Deutschland ist das Land, wo die Leute über, über, überversichert sind mit Versicherungen, die sie in ihrem Leben eigentlich nie brauchen. Aber Hauptsache, ich habe eine Versicherung dafür. Dann wird man gesundheitlich in so eine Schiene geschoben. Musste ich hier impfen, da impfen, da impfen, da. Am besten hundertfach Impfung für alles, auch für den Nagelpilz am kleinen Zeh oder so. Weil du könntest an allem sterben. Nichtsdestotrotz ist es in Deutschland so, dass wir das Land mit der höchsten Krebsrate sind. Und keiner macht sich einfach Gedanken, woher das kommt. Dann kriegen wir vermittelt, dass wir auf jeden Fall auf einen guten Mittelstand hinarbeiten müssen. Also finde ich zumindest, dass man von klein auf vermittelt bekommt, dass so eine gut bürgerlich deutsche Familie, die fährt so klassisch, also früher war es so klassisch der VW Golf oder so der Opel Astra. Das war so ein klassisches Mittelklassewagen. Also man hat nicht, wie soll ich denn sagen, man ist nicht ein Fiat Pundo gefahren, aber auch nicht ein Mercedes S-Klasse, weil das wäre wieder zu dick aufgetragen. So dieses Mittelklasse, den Wagen brauchte man. Am besten so das Reihenhäuschen. Eigenheim natürlich immer anstreben. Man muss mindestens mit der Familie einmal im Jahr wegfliegen. Nach Spanien war das früher immer so. In meiner Kindheit sage ich, ich übertreibe jetzt einfach mal überspitzt, wie das in meiner Kindheit so war. Mindestens musste man Esprit tragen. Das war so die Mittelklasse. Also auf keinen Fall Chanel. Das ist zu teuer, zu dick aufgetragen. Aber auch auf gar keinen Fall, damals gab es kein Kick und Teddy, sagen wir mal, gar keinen Fall Klamotten vom Aldi, sondern halt wirklich dann so Esprit und sowas, wo man braucht dann, keine Ahnung, die Swatch-Uhr war das, glaube ich, damals bei uns. Also immer so, man braucht so einen gewissen Standard und das bekommen wir ja von allen Ecken und Seiten vermittelt. Also ob das in der Schule ist, du das von deinen Klassenkameraden gesagt bekommst, von der Werbung, von den Medien, die Eltern das irgendwie vermitteln, ohne dass sie es aussprechen. Man sieht ja, also bekommt man so vermittelt, was an Konsum man alles braucht, obwohl man braucht an Konsum eigentlich gar nichts. Außer, keine Ahnung, vielleicht ein Bett, in dem man schläft oder so Dinge. Aber das sind alles so Dinge, die kriegen wir vermittelt. Und von diesem Gedanken, von diesem, sage ich mal, Konsumgedanken raus, natürlich hat man auch Ängste, dass man sich so seinen Standard, nenne ich es jetzt mal, nicht mehr leisten kann. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir komplett in die Angst getrieben werden und was natürlich dann, sage ich mal, ein Arbeitgeber auch gerne nutzt, um Druck aufzubauen. Und das ist natürlich alles andere als wertschätzend. Herr Soldic? Gerade eben habe ich schon gedacht, ey, wie kriegt sie jetzt noch die Kurve? Ja. Also, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Von Arschbacke auf Kurebacke. Genau. Aber ist es nicht auch das Ding, wenn wir jetzt mal auf einen Job gesprochen kommen? Also, mal fiktiv gesprochen, ich hatte, also, nicht, dass das jetzt so vorgekommen ist, ne, Zwinger Smiley, ne. Mal angenommen, ich hatte mal einen Vorgesetzten, der mich mal an die Brust genommen hat, so, ne, face-to-face-mäßig, face-off, ne, und mir sagte, er ist überhaupt nicht da, um mir irgendwie zu helfen, er guckt sich das alles an, das war's. Und da denke ich mir auch, Junge, wo ist da deine Wertschätzung meiner, also meiner Arbeit gegenüber, aber auch der Teamleistung, ne. Also, für was habe ich dich als Chef, wenn du nicht da bist, um mir zu helfen? So, dann ist ja deine Stelle obsolet, dann kann man bei dir dieses hohe Brutto einsparen und quasi vielleicht auf ein paar neue Mitarbeiter umverteilen, ne. Also, da fängt es ja schon an, weil, hast du die richtige Führungskraft vor dir? Ja, klar, es ist nicht immer alles nur Lob und natürlich hat man auch mal Scheißzahlen und da muss man halt entgegenwirken oder im Voraus planen, dass sowas halt eben nicht eintritt. Aber wie oft haben wir denn falsche Führungskräfte vor der Nase, die deinen Wert, deine Arbeit nicht schätzen und du dich einfach selber so sehr verbrennst, Thema Burnout, Thema Depression, ja, dass du quasi vielleicht dann auch wieder anfängst oder in diesem Kreislauf bist, nicht an dich zu denken, also nicht an dich zu glauben vielmehr, an deine Fähigkeiten, sondern glaubst diesem Mist, was diese bescheidene Führungskraft dir versucht aufzutischen. Und das finde ich extrem krass, was draußen so alles passiert. Hast du jetzt noch einen Ventilator angemacht? Wir müssen uns eine Klimaanlage für oben besorgen, keine Ahnung. Auf jeden Fall heftig hier oben unterm Dach. Also zu allem schon mal gar keine Wertschätzung deiner Person gegenüber, deiner Arbeitsleistung, deinem Team gegenüber und, und, und. Man darf aber auch nicht vergessen, wie viel Umsatz fiktiv verwaltet wurde oder generiert werden musste. Also es war kein Pappestil. Ich kann mal... Nee, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier die letzte Überstunde aufgeschrieben habe oder sowas. Es geht einfach darum, dass viel Verantwortung inne war und das nicht gewertschätzt wurde. Also ich sage mal, das Problem an der Sache generell ist einfach das, dass es einfach Fakt ist, dass schon seit Jahren die Arbeit, die früher mal 30 Leute gemacht haben, einfach nur noch 10 Leute machen müssen. Allerdings in derselben Zeit wie vorher. Also deine Arbeitszeit beträgt acht Stunden und du musst jetzt gefühlt die Arbeit, sage ich mal von, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass früher 30 Leute da waren, jetzt sind nur noch 10 da, also muss jeder quasi für drei arbeiten. Das heißt, du musst in derselben Zeit, in deiner Arbeitszeit, den Job von drei Personen erledigen und das auch noch, noch schneller, als es die drei Personen gemacht haben und im besten Fall noch gründlicher. Und das ist einfach das Problem an der Sache, dass es einfach nicht funktioniert. Und das Ding ist auch, vor zehn Jahren noch oder sagen wir mal vor zwölf Jahren oder vor 15 Jahren vielleicht, war so das Gelächter groß, wenn jemand Burnout hatte. Ich weiß noch, da hat man so gesagt, ach Gott, der hat Burnout, stell dir mal vor. Ach Gott, mir leid. Der ist bloß faul. Ja genau, der ist faul, der lässt sich krank, schreibe es so. Aber ganz ehrlich, heutzutage, und ich kann das wirklich als Führungskraft sagen, jeder Zweite ist einfach Burnout oder Depression gefährdet, aber massiv durch diese ganze Belastung, durch diese negativen Energien auch, die man einfach hat, durch diese Ängste, die von allen Seiten geschürt werden. Die Leute kriegen gar keine Luft mehr zum Atmen, ja. Und das ist halt das, was passiert. Die Leute brechen weg, die Leute, der Krankenstand wird immer höher. Plötzlich werden Leute krank, die noch nie krank waren, weil einfach der Druck immer größer wird. Und dann kommt natürlich Generation Z. Wir haben einmal das Phänomen, die Boomer-Generation geht bald in Rente. Das ist eigentlich die Generation, die wir noch hatten, die Know-how hat, die natürlich nach 40 Jahren oder keine Ahnung, 45 Jahren Arbeit natürlich im FF weiß, was sie tut. Das natürlich mit einer super Qualität. Das Problem nur von vielen Arbeitgebern ist, dass die natürlich auch viel Geld verdienen, in Anführungszeichen, weil sie halt schon so lange im Unternehmen sind. Deswegen hat man die ja auch vor 20 Jahren versucht, mal loszuwerden, bis man dann gemerkt hat, dass dann komplettes Know-how fehlt. Aber wenn die in Rente gehen, haben wir echt ein Problem, weil die Geburtenrate wird ja schon seit Jahrzehnten immer weniger. Und letzten Endes die Generation, die nachkommt, nämlich die Generation Z, über die alle reden, oder lästern, sage ich mal, Klimakleber, dies, das, Ananas, die haben auf diese Arbeitsweise keinen Bock mehr. Die sitzen im Vorstellungsgespräch und die wollen wissen, was ist mit meiner Work-Life-Balance? Was ist mit Homeoffice? Was ist mit Remote-Work? Was ist mit Travel and Work? Was ist mit Zusatzleistung? Kriege ich ein Handy? Kriege ich ein iPad? Kriege ich ein Laptop? Kriege ich vielleicht noch irgendwelche, was weiß ich, Homeoffice-Zuschläge? Kriege ich einen Dienstwagen? Wie sieht es denn mit Auto aus oder eine Fahrradbezuschussung oder so? Wie viele Tage Urlaub habe ich? Wann kann ich Urlaub nehmen? Wenn du denen schon kommst mit Urlaubssperre an Weihnachten hier und da, dann sagen die Tschüssikowski ade. Und das ist das Problem, was einfach kommt. Und das Ding ist, wir müssen uns verändern. Die Wirtschaft muss sich verändern und es wird sich definitiv einiges ändern, weil so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Aber die Reaktion ist erstmal nicht, dass man, sage ich mal, den Mitarbeiter noch lobt und sagt, ey, guck mal, du machst jetzt Arbeit für drei und du machst auch immer deine Überstunden und du bist auch immer da und du bist so gut wie nie krank, sondern der Mitarbeiter kriegt noch auf den Deckel, weil er vielleicht zwei Tage krank war, weil er vielleicht Kinder hat, die mal kinderkrank sind, weil er vielleicht, keine Ahnung, nicht so schnell war, wie sich der Chef das vorgestellt hat, weil die Zahlen nicht so ganz passen. Da kriegt er noch fett oben einen drauf und kriegt gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann kannst du dir eine neue Arbeit suchen. Und in dem Gedanken gehen die Leute dann heim. Und das ist das Thema Wertschätzung, was einfach fehlt. Darf ich mal kurz noch einen Aspekt rausnehmen? Du hast ja gerade eben gesagt, von Geburtenraten sind ja stagnierend. Ich war schockiert. Es war gestern, war das gestern, habe ich eine Videowerbung gesehen, die Werbeblogs zwischen den verschiedenen Videos auf YouTube. Ich bin schon angeschnallt. Hältst du dich irgendwo fest? Ein ganz bekannter Schwangerschaftstesthersteller macht eine Werbung mit einer, ich schätze mal, Mit-20erin, die sich dann darüber freut, über das Testergebnis negativ. Und dann so durchschnauft. Zum Glück nicht schwanger. Und ich denke mir nur, Also ich finde diese Werbung krass. Nicht krass positiv, sondern krass negativ, weil, was suggeriert sie dir? Kinder kriegen ist schlecht. Ja. Dann braucht sich keiner über irgendwelche Geburtenraten zu beschweren, dass da keiner mehr Kinder kriegt. Vielmehr wird dir doch suggeriert, wie schlimm es ist. Ich rede hier nicht von 12- oder 13-Jährigen, die schwanger werden. Also auf jeden Fall nicht durch unbefleckte Empfängnisse. Aber ich rede jetzt von Leuten, verkaufe doch den Leuten ein positives Image, wie schön es ist, Kinder zu bekommen. Du musst hier keine Lego-Batterie sein und zwölf Kinder rauswerfen oder sowas. Aber ich packe es nicht. Am liebsten würde ich diese Firma anschreiben und fragen, was es ist. Am liebsten. Ja, aber du, ich meine. Es ist krass. Ja, natürlich ist es krass. Aber du musst dir auch mal überlegen, alleine, wie unattraktiv du für einen Arbeitgeber bist, wenn du Kinder hast. Das ist ja schon die Hölle. Du wirst ja am besten nicht eingestellt. Das kommt ja noch dazu. Haben sie denn schon Kinder oder wollen sie noch? Genau. Eine Frau in einem mittleren Alter kann man ja schon wieder vergessen, weil die kriegt ja vielleicht Kinder und dann muss man die zahlen, dann muss man die tragen. Und dann muss man halt auch denken, ja, die Frau wird halt unflexibel oder die Situation wird unflexibel. Wie können die Arbeitszeiten gehalten werden, kindkrank und, und, und. Also ich meine, das spricht ja alles dafür, dass man am besten wirklich keine Kinder kriegt, weil es ist ja alles eine Belastung. Und so ist die Gesellschaft ja durch und durch. Also selbst wenn Kinder laut spielen, ist es ja für die Leute eine Belästigung. Dass es jetzt so laut ist. Und ich meine, wir haben jetzt noch keine Kinder, aber wenn ich jetzt dran denke, wir haben einen Hund und der ist echt mega pflegeleicht, mega ruhig. Wir können den fast überall mit hinnehmen. Aber wenn natürlich ein anderer bellt, dann bellt er vielleicht auch mal mit. Oder jetzt am Meer, sage ich mal, ne? Der mag Wasser nicht, dann bellt er. Und dann ist es schon ein Problem, dass der Hund manchmal bellt. Und es ist nur ein Hund. Und, also was ist es mit Kindern, wenn die laut sind, ne? Also von daher... Aber überleg dir mal, das Video wird ja auch in einer gewissen Zielgruppe ausgespielt. Die schalten ja nicht die Werbung, dass das jetzt auch eine Oma mit 70 das sieht. Zufällig kann sein, dass halt eben auch hier demografisch das ausgespielt wird. Aber, also ich fand das krass. Da braucht sich da draußen keiner beschweren. Guck mal, dann regelt es doch über das Kindergeld. Dann regelt es doch mal über angepasste Erziehungszeiten. Es gibt ja so viele Stellschrauben, die man hier regeln kann, es aber die Regierung nicht auf die Kette bekommt. Da braucht mir aber auch keiner sagen, ganz ehrlich, dann müssen wir halt eben Leute ins Land reinholen, die das alles halt eben kompensieren. Bis 2030, so und so viel, ja? Wir haben es ja jetzt auch in Kroatien gesehen. Ja, klar, es gab schon immer, Leute sind gewandert, Immigration, Emigration, wie auch immer, ne? Es gab immer Bewegung unter den Völkern, unter den Menschen. Was Kroatien jetzt aktuell hat, ich habe da jetzt nicht viel Basiswissen mitgebracht und sowas, aber beispielsweise in der Tourismusbranche, Kroatien lebt ja stark vom Tourismus, sieht man halt eben vermehrt, dass Connections geschlossen wurden mit Nepal und jetzt ganz, ganz viele Nepalesen in Kroatien unterwegs sind, die halt eben diese Jobs machen, die die Kroaten auch nicht mehr machen möchten. Ja, weil sie halt eben vielleicht auch teilweise unterbezahlt sind. Aber man muss doch sehen, dass hier ein grundlegendes Problem gibt, auch in Kroatien. Warum gibt es denn nur knapp vier Millionen Einwohner? Warum leben denn mehr Kroaten im Ausland, auf der ganzen Welt verteilt, als im eigenen Land? Weil industriell und arbeitstechnisch, gewerbetechnisch einfach nichts gelaufen ist in Kroatien. Nach dem Krieg wird quasi gar nichts gemacht. Ja, klar, natürlich haben wir eine Eigentumsverteilung von über 90 Prozent der Kroate an sich oder die Kroatin, ja, hier haben wir das alles innen müssen, ja, haben viel Eigentum. Ja, natürlich haben sie auch einen kleinen Garten dabei, wo sie ihre Tomatchen haben. Also die meisten machen noch einen eigenen Anbau und sowas. Oder viele haben jemanden in der Familie, der noch einen eigenen Hof hat. Ja, so können sie halt eben auch dort die gestiegenen Preise noch, sage ich noch, relativ gut abfangen. Aber selbst da hört man Stimmen. Wir waren jetzt aktuell dort zwei Wochen. Ja, die können sich auch nicht mehr leisten, großartig essen zu gehen außerhalb. In die Pizzeria, zum, was weiß ich nicht, hier an den Grill und sich mal einen Spanferkel leisten und sowas. Aber da sieht man halt eben, was die Entwicklung ist. Und so eine Werbung macht die Entwicklung nicht besser. Also, ich bin schockiert. Am besten ein Posting draus machen. Was erlaubt ihr euch? Oder wer hat das abgesegnet? Habt ihr nicht über mehrere Ebenen gedacht? Ja, wen wollt ihr da explizit ansprechen? Ja, sprecht doch nicht darüber, über einen Schwangerschaftstest. Wenn ihr nicht schwanger werden wollt, muss man ja die Wurzel woanders da anpacken. Ja, ganz unten muss man die anpacken und darüber reden, wie wird man überhaupt schwanger und was kann es an Prävention machen, wenn es darum geht. Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, die ganze Diskussion aus den Vereinigten Staaten, ja, ob du abtreiben darfst oder halt eben nicht. Ja, my body, my choice und sowas. Bla, bla, bla. Ja, wo sich dann Christverbände dafür einsetzen, nein, das darfst du nicht, das ist Mord und dies und das. Diese Diskussion machen wir jetzt gar nicht auf. Ja, Thema war Wertschätzung. Wertschätzung von deinem Gegenüber. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, wie du jetzt nochmal die Kurve kriegen willst übrigens. Wir haben die psychologischen Aspekte, die hier richtig krass reinhämmern, wenn du nicht gewertschätzt wirst für das, was du bist, für das, was du tust und für das, was du leistest. Also, ich muss wirklich sagen, was ich super, so im Nachhinein habe ich das heute mal so reflektiert, was ich super krass fand, ist, tatsächlich bin ich ein Mensch, der zu 99, sagen wir mal, zu 90 Prozent mit Kritik groß geworden ist. Also, bei uns zu Hause, auf der Arbeit, egal, es gab immer zu 90 Prozent viel Kritik, also in Anführungszeichen positiv gemeinte Kritik, also so Verbesserungsvorschläge, das ist nicht gut. Also, ich weiß nicht, ob das an unserer Gesellschaft liegt, an unserer Kultur. Aber was wurde denn gesagt, was du gut machst? Nichts. Ja, nichts, das wurde nicht gesagt, was du gut kannst. Genau, es wurde immer nur generell angesprochen, was schlecht war oder was man halt noch ändern muss. Also, so gute Dinge wurden halt unter den Teppich gekehrt. Gute Dinge hast du vielleicht mal gehört, wenn deine Mutter sich mit einer anderen Mutter unterhalten hat und wollte es so ein bisschen angeben. Dann hast du vielleicht mal was Gutes gehört, wo du dann gedacht hast, hä, das hat die mir nie gesagt, die hat doch immer gesagt, das ist schlecht. Aber letzten Endes ging das ja auf der Arbeit so weiter. Also, es hat ja nicht nur was mit dem Elternhaus zu tun, sondern es ging ja auf der Arbeit so weiter oder auch im Studium. Es wurden ja generell immer nur Dinge angesprochen, die schlecht waren, die Fehler wurden besprochen. Also, wenn du eine Klausur hattest, dann konntest du zur Klausur Nachbesprechung, aber da hast du ja nicht drüber gesprochen, was du jetzt gut gemacht hast, sondern dann wurden ja über die Fehler gesprochen, warum die jetzt falsch waren. Also, generell ist es ja immer eine Fehlerkultur bei uns. Ich meine, um Gottes Willen, dass das Leben nicht aus rosaroten Wolken besteht und Regenbögen und dass wir jetzt nur noch singen und das Köpfchen streicheln, alles schön und gut, sehe ich genauso, bin ich auch null der Typ für. Aber so ein bisschen Lob und Anerkennung schadet definitiv niemand. Also, auf keinen Fall sowieso einem Kind. Und ich muss sagen, als wir vor sieben Jahren zu unserer Partnerfirma gekommen sind und ich war auf der ersten Veranstaltung dort, habe ich gedacht, ich fliege rückwärts den Stuhl runter und gehe jetzt sofort aus dem Raum. Warum? Weil es gab Leute da, die haben eine neue Stufe im Marketingplan erreicht. Also, sagen wir mal, die sind befördert worden, weil sie die Leistung erbracht haben, befördert zu werden. Also, sie haben eine gewisse Umsatzzahl erreicht. Die haben eine gewisse Umsatzsteigerung geschafft und dadurch wurden die befördert im Prinzip und dafür wurden die ausgezeichnet. Das heißt, die wurden nach vorne gerufen und haben ein Geschenk dafür erhalten und eine Auszeichnung. Also, ob man das jetzt eine Scherpe nennt, eine Medaille oder ein Pin, was auch immer es jetzt gegeben hat, eine Urkunde, haben einen Händedruck erhalten von ihrem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Chef und wurden dafür anerkannt. Und das nicht nur, sage ich mal, bei dieser Veranstaltung, sondern auch bei mehreren Veranstaltungen beziehungsweise auch im Internet. Also, gab es dann online auch einen Post dafür, wo man den Mitarbeiter, sage ich jetzt, ich nenne es jetzt mal einfach Mitarbeiter, dass es einfacher zu verstehen ist, dem wurde dann gratuliert, dass er aufgestiegen ist. Und wir waren aber auf solchen Veranstaltungen da natürlich ganz neu, haben uns natürlich erst mal viel angeguckt, bevor wir da voll durchgestartet sind auch und wollten natürlich wissen, was sind das für Leute. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Raum voller, keine Ahnung, 300 Leute und dann wird jemand ausgerufen, weil er, wie gesagt, befördert wurde und dann stehen alle Leute auf und fangen an zu klatschen für denjenigen und zu jubeln. Und ich habe gedacht, Alter, wo bin ich hier gelandet? Ich gehe jetzt hier die Tür raus, die haben doch nicht mal alle Latten im Zaun, das gibt es doch hier gar nicht. Wobei, wenn ich das jetzt so erzähle, man sich überlegt, ist es doch eigentlich das Normalste vom Normalsten oder es sollte doch so sein, dass wenn mein Kollege befördert wird oder meine Freundin oder mein Vater oder keine Ahnung wer, dass ich mich als Mensch für diese Person mitfreue. Und es ist doch nicht mehr wie wertschätzend, dass man dann aufsteht und das Ganze beklatscht oder auch hingeht, dem die Hand schüttelt und sagt, ey, hast du gut gemacht, super. Ich meine, wenn man einen Studienabschluss sich holt, dann ist ja auch eine festliche Veranstaltung. Man geht vor, da wird geklatscht, kriegt gratuliert. Wenn man sein Abi macht, wird ja auch so eine festliche Veranstaltung, wird geklatscht, bekommt man gratuliert. Aber es war für mich so befremdlich und ich weiß, dass es für 90% der Menschen da draußen auch so befremdlich ist, dass einfach etwas, wo ich mir heute sage, reflektiert. Das ist einfach nur eine gute Erziehung und eine gute Manier, dass man das macht. Eine Höflichkeit. Einfach diese Wertschätzung zu zeigen, dass jemand etwas geleistet hat, weil der bekommt es ja jetzt nicht, weil er seine Haare rot gefärbt hat oder so, sondern er bekommt es, weil er, wie gesagt, seinen Umsatz exorbitant gesteigert hat oder eben eine gewisse Leistung sich erarbeitet hat. Erarbeitet. Mit Einsatz, mit Schweiß. Und wie krass ist das bitte, dass man in der Gesellschaft so geprägt ist, dass man das befremdlich findet und dann solche Leute als Sekte beschimpft, weil man sagt, ah, das ist doch nicht normal, das müsste doch eine Sekte sein oder sonst was. Also es ist meiner Meinung nach total krank, weil das hat einfach nur was mit Wertschätzung zu tun, dass man sagt, hey, hier wurde was erreicht und es wird bei uns anerkannt und wertgeschätzt, weil ohne dich hätten wir diesen Umsatz nicht geschafft und wenn keiner hier Umsatz machen würde, würde es die Firma einfach nicht mehr geben. Das wäre einfach so, wie wenn dein Chef eben zu dir kommt und sagt, ey, hast du gut gemacht oder es ist halt eine amerikanische Firma, bei der wir sind und man kennt ja auch diese Gerüchte damals von Walmart, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als Walmart nach Deutschland kam, bei denen war das so üblich, dass die morgens ein Morgenmeeting gemacht haben, was es tatsächlich auch in Deutschland in den Unternehmen gibt, ja, aber in Deutschland wird halt darüber gesprochen, welche Zahlen, was ist zu machen, was sind die Aufgaben heute, ich meine, wenn einen guten Chef hast, so wie ich, ich lobe mich mal selber, dann habe ich natürlich da auch motiviert und noch mal ein paar motivierende Worte gesagt und auch mal gelobt oder so, ne, aber bei Walmart war das so, dass wirklich der Chef reinkam und hat so Tschakka gemacht, da gab es erst mal motivierende Sprüche, da haben die, keine Ahnung, wie Cheerleader geklatscht und gerufen, yes, we can und we do it und Walmart und keine Ahnung und dann war das ja so verpönt in den deutschen Medien, da hieß es ja, Walmart ist eine Sekte, sogar der war eine Sekte, ne, also muss man sich mal vorstellen, aber dabei ist es gang und gäbe einfach, dass bei Walmart zum Beispiel immer Mitarbeiter des Monats ausgezeichnet wird und auch bei McDonald's, glaube ich, war das zumindest am Anfang so in Amerika ist es so beziehungsweise in Amerika ist es generell so, dass die Mitarbeiter des Monats ausgezeichnet werden, wenn die gewisse Leistungen erreicht haben, das ist total normal bei denen, aber jetzt muss man mal sehen, wie gestört die deutsche Gesellschaft ist, dass das dann alles gleich Sekten und nicht normal und keine Ahnung, dabei versucht man doch einfach nur die Mitarbeiter gut gelaunt in den Tag zu schicken und es ist doch logisch, dass wenn ich gute Laune habe und gute Laune verbreitet wird, die Arbeit leichter von der Hand geht, die Zeit schneller umgeht und man einfach Bock hat auf die Arbeit zu gehen und man einfach Bock hat für diesen Chef zu arbeiten und wenn dieser Chef mich nachts um drei anruft und sagt, ey du, ich brauche dich dringend, ich brauche deine Hilfe, weil der Laden steht unter Wasser, du musst mir unbedingt helfen und dann sagt der Mitarbeiter, fünf Minuten bin ich da und da brauchst du nichts mehr sagen, weil der einfach hinter dir steht und hinter dem, was du tust, aber das kommt nicht davon, weil du jetzt der Chef bist und weil du dem zehnmal gesagt hast, dass du ihn rausschmeißt, wenn er jetzt nicht, keine Ahnung, schneller arbeitet, sondern das kommt davon, dass man einfach diese Person vernünftig behandelt hat und entwickelt hat und motiviert hat. Ja, aber ich denke halt eben auch, weil die Führungskräfte unsere Chefs und Chefinnen einfach nur noch haut drauf sind, nur noch delegieren, nur noch abverlangen, zwischenmenschlich eigentlich gar nichts mehr funktioniert großartig, wo dann ständig auf Neudeutsche, auf englische Begriffe zurückgebracht sich berufen wird. Wenn ich mal schaue, was da auf LinkedIn los ist, nochmal, das ist für mich eine schlimme Plattform, weil da jeder Hans-Klaus irgendwas ist, ja, auf einmal und dann sagen, wie man zu führen hat, aber wer ist denn bereit, wirklich sich noch aufzuopfern für jemand anderen, also für jemand anderen, in dem Sinne für eine Firma, ja, wer ist denn wirklich immer dazu bereit, die extra Meile zu gehen? Ganz ehrlich, ich bin es nicht mehr, ja, wer kann mir denn erzählen, dass das Glück und der Erfolg von zwei Stunden länger arbeiten, vielleicht auch noch gratis, nett gestempelt, alles fiktiv, dem Unternehmen so viel Erfolg bringen, natürlich kumuliert, natürlich, ja, wenn du dann 2000 Mitarbeiter hast, die jeweils zwei Stunden schenken, bitteschön, dann hast du was gewonnen, aber wer ist denn noch gewillt, dazu, seine Freizeit zu opfern? Ich habe mich vorhin so dermaßen aufgeregt über unseren Garten, über den Vorgarten, wie das alles ausgesehen hat. Ich muss eigentlich gar nicht so viel machen, was unsere Gartenarbeit angeht, aber ich schweife da jetzt vollkommen ab. Also ehrlich, aber lass mal den Gedanken zu Ende bringen. Jemand anderes entscheidet über meine Freizeit, ja, über meine Zeit, die ich da in dem Scheißgarten verbringe, um irgendwas auf die Reihe zu bringen, auf die Reihe zu kriegen, weil einfach nicht gemäht wird. So. Aber so sehe ich es halt eben auch außerhalb, in einem Betrieb. Wer ist denn noch bereit, seine Freizeit, seine geliebte Zeit zu opfern, damit irgendwas geschafft wird? Also ich denke, es sind schon einige bereit dazu, weil die kriegen ja genug Angst gemacht. Ja, und du, und dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du die Karriereleiter, schnell hoch, komm schon schnell hoch, mach schnell Karriere. Das ganze Sing-Sang kennt man doch, Alter, wie du hier an der kurzen Leine gehalten wirst. Ich denke einfach, man redet sich das oft ein, dass man keine Wertschätzung und keine Anerkennung braucht. Tatsächlich gibt es Menschen, wie jetzt ich, wie gesagt, ich bin damit gar nicht groß geworden. Ich musste erst mal lernen, einen Lob anzunehmen und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt 100 Prozent auch heute schon kann und bin da nicht so der Typ, sage ich mal, wo jetzt sagt, ich brauche da mega viel von, aber letzten Endes auf Dauer macht es krank und das ist einfach der Fakt. Wenn du immer nur negativ und immer nur auf den Deckel bekommst, irgendwann, wenn du, also du stellst dich natürlich selber in Frage, man sollte sich ja immer selbst reflektieren und wenn man aber nicht ein stark genuges Selbstbewusstsein hat und sich reflektiert und sagt, okay, das ist jetzt ein Punkt, da gehe ich mit, das stimmt, das muss ich ändern und das ist aber ein Punkt, da gehe ich nicht mit, weil es ist einfach so, dass ich das gut mache, dann, ja, dann wirst du einfach, da wirst du einfach krank. Das ist einfach Fakt und das ist das Schlimme da dran. Ja, aber auch, also ich will das jetzt noch breitertreten, das Thema, aber wie oft wurde man gelobt und das Lob war gar nicht ehrlich gemeint, nur dass man weitermacht, dass man funktioniert. Nochmal, Scheinheiligkeiten werden viel schneller ausgetauscht, als wirklich, ey, du hast mich in der Basis, du bist ein Power-Typ. Aber ich glaube, man muss auch in der Lage sein, Lob anzunehmen und du hast manchmal auch ein Problem, Lob anzunehmen, weil, ich sage mal so, der, äh, Mister ist so unser Technik-Guru, nicht nur für mich oder für unser Team oder für hier unsere Machenschaft Forever Games, sondern für ganz viele Leute ist er so Ansprechpartner, wenn es um Technik geht, um Videos schneiden und sonst was und tatsächlich hat er da auch schon viele Jobangebote und sonst was bekommen für Videos schneiden und so weiter, aber er selber denkt, das ist alles noch nicht gut genug. Weil ich weiß, was geht und ich weiß, was, 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 auf Neudeutsch, was am Skillset noch so fehlt, aber ganz ehrlich, ich bin hier kein, äh, Vollzeit-Cutter oder irgendwas, eben, ja, der hier acht, neun, zehn Stunden am Tag, äh, auf, auf vom Bildschirm hockt und irgendwas zusammenschneidet und auch noch die Zeit hat, sich in Programme reinzufuchsen und herauszufinden, was macht denn diese Funktion, was macht denn dieser Effekt und wie kann ich das Ganze hier so in der Komposition haben? So sehe ich das halt eben, deswegen sage ich, ich, mit dem Lob kann ich nicht viel anfangen, ich nehme es an, aber ich kann damit viel nicht anfangen, weil ich weiß, dass es besser geht, ich aber noch nicht da bin, so, weißt du, wie ich meine, das ist mein Problem, Aber manchmal muss man, glaube ich, auch, also manchmal ist einfach unperfekt auch perfekt, weil ich denke, dass die Gesellschaft an einem Punkt angekommen ist, was auch absolut richtig ist, wo man einfach keinen Bock mehr hat, irgendwelche perfekte Sachen zu sehen, weil das Leben ist nicht perfekt und nicht jeder ist 90, 60, 90 und nicht jeder ist Cutter, wie du es gerade gesagt hast, nicht jeder hat 1000 Euro Programme zu Hause, nicht jeder hat ein 30.000 Euro Equipment, wo er erst mal filmen kann, den Sound macht, das noch irgendwie abmischt und sonst irgendetwas, sondern wir sind alle Menschen, die morgens auf die Toilette gehen. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten, zeig dich einfach mal so, wie du bist. Wir sitzen jetzt hier auch ohne Filter, natürlich denke ich auch, ach Gott, wenn das hier ausgestrahlt wird, denke ich wieder, ach Gott, sehe ich aus. Aber ganz ehrlich, drauf geschissen, wie hier irgendwas aussieht, weil nämlich, auch wenn ich hier super schön aussehe und 90, 60, 90 ist, bringt es kein Mensch weiter, weil niemand wird sich 40 Minuten mein Face angucken, weil es so schön ist, wenn ich nur gequillte rede, sage ich jetzt mal. Es geht ihr darum, was ich hier erzähle und ob das, was ich hier sage, jemanden zum Andenken bringt oder jemand einfach weiterbringt. Darum geht es im Leben, dass man irgendwo aus allem einen Mehrwert hat, egal bei was oder was man konsumiert, was man sich anguckt, auf der Arbeit, egal wo, man braucht ja aus all dem, was man tut, irgendwo einen Mehrwert. Wenn ich keinen Mehrwert habe, dann bringt mir dieses Thema, diese Geschäftsbeziehung, diese Beziehung generell, da bringt mir das halt alles nichts und ich denke, das ist einfach das, um was es geht und deswegen sage ich einfach, schätzt euch auch selber mehr wert, weil jeder einzelne von uns ist ein Individuum und jeder von uns hat seine Stärken und das Problem ist halt einfach auch in unserem Schulsystem, reden wir auch nur über Schwächen, also das heißt, jeder muss in allem gut sein, es gibt niemanden, der in allem gut ist, also wenn ich alleine überlege, meine Tante hat erzählt, die wird nächstes Jahr 75, als sie zur Schule gegangen ist, gab es noch Musikunterricht, wo Singen bewertet wurde und sie war halt in allem wirklich sehr gut, Rechnen, Schreiben, überall Einzer, aber sie konnte nicht singen, also sie kann bis heute nicht singen und da hat der Lehrer zu ihr gesagt, du, ich muss dir da eine 5 im Singen geben, also sie hat im Singen eine 5, aber die konnte es dann irgendwie noch ausgleichen durch Noten, Schreiben oder so irgendetwas, dass es halt dann im Zeugnis eine 3 war und jetzt muss man sich mal überlegen, wie anmaßend ist das, jemanden zu bewerten auf Singen, wenn ich nicht als Sänger geboren bin, kann ich nicht singen, soll ich jetzt in Gesangsunterricht gehen, dass ich von der 5 auf die 3 komme, aber genau so funktioniert unser Schulsystem, Wir müssen in allem durchschnittlich sein, wir müssen in allem bestehen, in allem durchschnittlich sein, anstatt wirklich zu sagen, hey, derjenige ist gut in Mathe und der wird wahrscheinlich unser nächster Albert Einstein, deswegen wird der jetzt in Mathe gefördert und es ist egal, dass der nicht recht schreiben kann und das wird einfach nicht beachtet von unserem Schulsystem an schon und das ist tatsächlich die Problematik, warum es einfach durchweg schon von Geburt an wahrscheinlich an Wertschätzung mangelt. Es gibt sogar Leute, die bringen ein Kind zur Welt und sagen, naja, mein Kind war halt hässlich, das war so runzig, das war so und so, ey, ganz ehrlich. Ja, das sind alles Minusmensch. Das ist doch krank. Und auch über das Schulsystem über 100 Jahre noch älter, überall kriegst du einen neuen Lack drauf, bis auf im Schulsystem, ja, dann führen sie großflächig Ganztagesschulen ein, die Hauptschule gibt es nicht mehr, ach, es ist doch alles. Hey, ganz ehrlich, es gibt Leute, also wir kennen wirklich sehr viele Leute, die auch wirklich viel zu sagen haben, sage ich euch so, wie es ist, die echt richtig was im Kopf haben, die richtig gut Ahnung von vielen Dingen haben, die richtig gute Meinungen haben, die sich aber mit uns hier nicht hinsetzen, weil sie es entweder nicht können, weil man aufpassen muss, wenn der Arbeitgeber das sieht, was sagt der dann, wenn ich so zu sagen in die Öffentlichkeit gehe, also jetzt nicht zu diesem Thema, also egal zu welchem Thema, muss man ja schon aufpassen, oder weil sie vom Selbstbewusstsein her es sich nicht zutrauen, hier zu sitzen und ihre Meinung zu äußern. Und es ist so, so traurig, weil es sind Leute, die wirklich hochintelligent sind und es sich einfach nicht trauen, weil sie einfach ein Selbstwertgefühl haben, was einfach nicht genug ist, weil sie einfach nicht genug wertgeschätzt werden. Ja, das ist ja so ein Thema, ich sehe es bei manchen Kommentaren auch letzte Woche wieder, vor allem Negativ-Kommentare, über die redet man ja viel mehr, als über die Positiven, ist auch wieder so ein Ding. Ja, viele können das halt eben nicht ab, die wollen keinen Gegenstrom, die wollen nicht negativ auffallen. Es ist auch in Ordnung für mich, weil es ist ja auch nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht irgendwo. Selbstorganisationen, dies und das. Das sehe ich jetzt weniger kritisch. Klar, es könnten wunderbare Themen entstehen und ein Diskurs und Dialogen, bla bla bla, hin und her, Schlagabtausch, aber es ist, wie es ist. Aber auch nochmal, guck mal, guck mal wie random eine Dame, offensichtlich eine Dame hat sich geäußert über ein Video, ein Video von unseren Daily Vlogs aus dem Januar, sie findet das Video nicht gut, sie versteht auch überhaupt nicht, warum wir das mitfilmen, ob wir denn Leute brauchen, ob wir denn die Aufmerksamkeit brauchen und die Leute, die wir dann quasi beim Einkaufen so mitnehmen. Sag ich, okay, wir haben dich gerade eben zugeritten, Alter. Jedweder Content da draußen ist es irgendein öffentlich, rechtlich finanzierter Bullshit. Es hat uns keiner gefragt, ob wir das sehen wollen. Es wird produziert. Und wir zahlen es noch via GZ. Wir zahlen es auch noch. Wenn ich einen Daily Vlog mache, ein full day of eating, a day in my life und diese ganzen Formate, die es da gibt, dann mache ich das. Ob du das dann gut findest oder schlecht, ob dann die Performance gut oder schlecht war, guck ich weiter. so, aber ich frage mich halt, es gibt für jeden da draußen irgendwo eine Sparte, wo Interesse besteht. Wenn jemand, der Bock auf Daily Vlogs hat, der jemand, der Bock auf Weekly Vlogs hat, jemand, der Bock hat auf Videopodcasts, der schaltet ein, hört es an, bewertet es, hört es wieder zu oder schaltet ab. Ganz einfach. Also, ganz ehrlich, soll ich nur ein Programmheft rausbringen, damit die Frau sich was rausruhen kann? Ja, aber das sind halt einfach Menschen. Das hat einer ganz gut gesagt, finde ich. Das sind Menschen, die sind mit ihrem eigenen Leben so unzufrieden. Und es sind Menschen, die nicht genug wertgeschätzt sind und die kein Selbstbewusstsein haben und einfach nur durch die Welt gehen und nörgeln müssen. Und jetzt, jetzt mal hold up, diese Frau hat einen eigenen Channel, hat sie drei Videos hochgeladen, wo sie ihren Hund abfilmt. Soll ich jetzt drunter kommentieren? Was interessiert mich dein Hund? Brauchst du jetzt eine Audienz da draußen? Das sind aber meistens die Leute, die nichts machen, die so reagieren. Brauchst du jetzt Leute, die sich deinen Hund anschauen? Warum ist er so komisch rasiert? Lass doch die Haare wachsen. Ich lasse mich da auch nicht über den Account aus oder über das Video. Ja, klar kann ich meine Meinung bilden, aber ich bitte, hör du auf zu schießen, Alter Bratte. Hör du auf, Alter. Hör du auf zu schießen. Wen willst du denn du anschießen, Alter? Also ich will einfach mal sagen, wenn ihr auf der Suche nach mehr Wertschätzung seid, dann meldet euch bei uns. Bei uns in der Company bekommt man davon en masse. Von uns werdet ihr auch en masse bekommen. Vielleicht verändert es ja auch dein Leben komplett. Meldet euch da einfach mal zu. Und ansonsten, lasst euch einfach nicht von diesen ganzen negativen Dingen runterziehen, sondern guckt, dass ihr euch selber mehr wertschätzt. Und Dinge, die nicht wertschätzen oder Menschen, Personen, Dinge, die nicht zu euch mit Wertschätzung oder euch mit Wertschätzung gegenübertreten, versucht ihr aus eurem Leben zu eliminieren. Amen. Fand ich jetzt schöne Schlussworte. Vielen Dank für das Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich will noch was anmerken, weil wir reden tatsächlich öfter, kommt mal sowas von negativen Kommentaren. Ich will auch mal lobend erwähnen, dass wir auch die liebe Diana haben, die immer positiv, wirklich immer in Kommentar setzt, die wirklich jedes Video guckt und auch auf den sozialen Medien. Also vielen lieben Dank. Wir kennen uns tatsächlich überhaupt gar nicht persönlich, aber wirklich danke dafür und auch danke dafür für die Nachrichten, die uns privat erreichen, dass die Leute gerne unsere Podcasts hören und dass die Leute gerne unser Format schauen und uns gerne folgen und dass es ihnen im Leben schon weitergeholfen hat und sie einige Dinge auch umsetzen konnten. Auch dafür danke, weil auch die Nachrichten sind zahlreich. Nur wie Thomas sagt, man redet, man ist leider auch dazu geneigt, immer eher über das Negative zu reden wie über das Positive. Ja, also Shoutouts. Und danke für den Follow auch. Danke für jeden Supporter da draußen. Supportet den Shit hier. Und genau, bleibt es mir gesund, bleibt es uns stabil. Donnerstag, die nächste Episode. Bis dahin. Gutes Wetter, ein guter Sonnenschutz und viel trinken. Ciao.